Neigtes Bas Kajan ist ein Feuchtnasenprimat der Gattung Plumplurist, der auf der Insel Borneo verbreitet ist. N. Kajan wurde erst Ende 2012 als eine eigenständige Art identifiziert. Er hat die für Säugetiere sehr ungewöhnliche Eigenschaft, einen giftigen Biss zu besitzen. Beschreibung N. Kajan hat eine dunkle, sehr kontrastreiche Gesichtsmaske mit schwarzen Ringen um die Augen. Die untersuchten Exemplare waren etwa 27 cm groß und wogen etwa 410 g. Wie andere Plumplurist hat N. Kajan einen rudimentären Schwanz, einen runden Kopf, kurze Ohren, einen Zahnkamm und eine bogenförmige Putzkalle, die für die Körperpflege verwendet wird. N. Kajan ist nachtaktiv und lebt in kleinen Gruppen auf Bäumen. Ähnlich wie die Wasserspitzmaus oder der Schlitzrüssler hat N. Kajan einen giftigen Biss. N. Kajan gehört damit zu den sehr seltenen Vertretern giftiger Säugetiere. Das Gift wird durch Lecken an einer Drüse am Arm aufgenommen und somit dem Speichel vermischt. Das Gift kann Feinde abwehren und wird beim Grummen in das Fell der Jungtiere eingerieben. Wenn Loris angegriffen werden, lecken sie ihre Armdrüsen und bringen so ihren Feinden vergiftete Wunden bei. Sie sind wahrscheinlich selbst immun gegen das eigene Gift. Taxonomie und Verbreitung N. Kajan wurde 2012 als eigenständige Art, die mit einer weiteren Plumploriat im zentralen und nördlichen Borneo sympathisch vorkommt. Beschrieben, die Art wurde nach dem Kajan benannt, einem Fluss, der durch das Verbreitungsgebiet fließt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017